Seit dem 7. November dreht sich die Turbine eines Kampfflugzeuges im Erdgeschoss der Schweriner Marienplatzgalerie. Es gibt aber noch viel mehr zu sehen und zu erfahren. Noch bis zum 67. Gründungstag der Bundeswehr am 12. November informieren die Streitkräfte in dem Einkaufszentrum mit zahlreichen Ausstellern über ihre Arbeit. Das ist einmal die Wertschätzung für die Stadt, das ist einmal die Wertschätzung für das Land Mecklenburg-Vorpommern und ich denke, es ist auch die Notwendigkeit nach dem 24. Februar in der Öffentlichkeit präsent, weiter präsent zu sein. Zur feierlichen Eröffnung der Informationswoche am 7. November kam Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel. Er begrüßt den Auftritt der Bundeswehr in der Landeshauptstadt und das Engagement der Streitkräfte im Land. Mit der Aktion stellt die Bundeswehr umfassend ihre verschiedenen Arbeitsbereiche und Teilstreitkräfte vor. Sie sehen Streitkräfte und Bundeswehrverwaltung, Artikel 87a und 87b, Heer, Luftwaffe Marine, Zürr, SKB, Personalabteilung, alles. Sie können sich insgesamt einmal einen kompletten Überblick verschaffen. Das Management der Marienplatzgalerie ist erfreut darüber, Gastgeber der Begegnung von Bundeswehr und Gesellschaft zu sein. Die Infostände werden durch zwei Ausstellungen, Militär und Gesellschaft in Deutschland seit 1945 und Gesichter des Lebens ergänzt. Außerdem wird es kostenlose Vorträge zu wechselnden Themen geben. 4. Maler 5. Maler 7. Vorträge